Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Donnerstag, dem 28. April 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1189 und heute habe ich die folgenden Themen für euch. Info Maniac, Self Repair Service oder umgekehrt Self Service Repair, Facebook, Microsoft und Twitch. Heute ist es ein bisschen Quartalszahlen und so Gewinne, Geschichten, Preise, Geld und lastig irgendwie. Ich starte mit Info Maniac, dem Schweizer Internet Provider, nicht Internet Provider, sondern Anbieter von Server, E-Mail Lösungen und oder zum Beispiel, wie ich es habe, meine Own Cloud auch bei denen, wo man unter anderem auch sein ganzes NAS hinstellen kann und das spiegeln kann in die Cloud. Aber was hat Info Maniac Neues? Sie bieten jetzt eine direkte DeepL und Google Translate Integration in ihre eigene Mail App. Wer die also nutzt, da ist nicht nur Mail mit drin, sondern auch die Möglichkeit mit anderen Menschen zu kommunizieren, Video Chat etc. Da ist jetzt, wie gesagt, DeepL und Google Translate direkt integriert. Da braucht man kein Browser-Plugin etc. mehr, das kommt direkt darüber. Ich hoffe mal, dass dann das auch auf die Apps ausschlägt und dass man das auch mobil nutzen kann. Respektiv, das hoffe nicht nur ich, sondern wie ich gelesen habe, auch einige der Nutzenden da draussen. Weiter geht es mit dem Apple Self-Service Repair Programm. Das ist das Programm, womit man das iPhone selber filiken kann, reparieren kann, wenn man dann möchte. Selber aufschrauben, Akku tauschen usw. oder was auch immer. Apple hat das mal angekündigt, jetzt nach ein bisschen längerer Zeit, zwei Monaten verzögert, jetzt in den USA gestartet. Man kann jetzt einzelne Teile des iPhones 12, 13 und dem iPhone SE in der dritten Version, einzelne Teile wie gesagt, kaufen und selber dann ersetzen. Dazu gibt es von Apple praktisches Zubehör, wie eben das Werkzeug, das man dazu braucht. Das ist das erste Mal, dass man hier auch auf die professionellen Schraubenzieher etc. zurückgreifen kann, auch als Normalsterblicher. Und man bekommt schöne bebilderte Anleitungen auf der Apple Webseite, wo man das Ganze Schritt für Schritt sich anschauen kann. Ich werde mich da auf jeden Fall mal ein bisschen durchwühlen, einfach reinschauen aus der Neugierde. Denn mein erstes oder mein letztes iPhone, das ich aufgeschraubt habe und repariert habe, ist schon ein bisschen her. iFixit als Beispiel gibt aber auch ein bisschen Gedanken an, dass Apple hier noch mehr Kontrolle hat. Denn wenn man das Ganze macht, muss man die Seriennummer und die E-Mail des Gerätes angeben und die neuen Geräte müssen dann an das alte, also in Anführungszeichen aktuelle iPhone gekoppelt werden. Das gibt natürlich Apple die Macht, noch mehr Teile nicht selbst umzusetzen können. Es gibt aber auch Potenzial, wenn man es positiv sehen möchte, nach vorne, damit eben nicht irgendwelche komischen Dritthersteller irgendwas anbieten, was dann eben nicht ganz gut läuft und dann das iPhone auch Schaden nehmen könnte. Es lässt sich natürlich auch ausbauen. Gehen wir mal vom Positiven aus und sind gespannt, wann Apple das Ganze dann auch ausweitet auf andere Länder, wie zum Beispiel unsere eine. Dann gibt es einen Bericht von Facebook, der da oben bei den Managern rumgesurft ist und dann aus Versehen irgendwo bei einem Journalistenblogger oder was auch immer gelandet ist, der es dann veröffentlicht hat. Das US-Magazin Motherboard hat nämlich berichtet, dass da ein bisschen was im Argen ist. Facebook will anscheinend selber gar nicht mehr wissen, was mit seinen Daten passiert. Sie haben irgendwelche Daten, irgendwelche Analysentools, die sie selber hosten, selber betreiben. Dann haben sie Daten, die von externen Analysentools mit reinkommen. Das Ganze mischt man schön zu einer Suppe und irgendwann weiss man nicht mehr, was woher kommt und woher dazugehört. Es ist keine Dokumentation intern etc. Also einfach eine Hölle, wenn man dann so möchte. Unschön, aber ja, was will man schon erwarten von Zuckerberg und Co. Sehr unschön. Facebook selber meint, aber nee, nee, wir kriegen das dann schon noch hin. Weil das Problem ist ja nicht nur die EU, auch in Indien, in Südafrika, in Nordkorea, war Südkorea, nee, in Südkorea. Und überall verschärfen sich die Privatsphäreneinstellungen oder besser gesagt Gesetze rundherum. Und das ist auch gut so. Und da hat jetzt Facebook einiges zu tun. Und nicht nur Facebook, auch ganz viele andere Firmen. Weiter geht es mit Microsoft. Die haben Quartalszahlen rausgehauen. Und die sind sehr, sehr, sehr positiv. Die ersten drei Monate dieses Jahres sind sehr stark. 48,4 Milliarden Umsatz. Das sind 18 Prozent mehr als im Jahr davon. Nettogewinn ist toll. Alles ist toll. Was nicht so toll ist, ist der PC-Absatz. Da, ja, Corona lässt nach. Auch bei dem Ganzen, beim PC-Abverkauf. Das war natürlich zu erwarten. Wo sie auch steil gingen, war logischerweise im Cloud-Geschäft. Da sind sie immer stark. Das hat übrigens auch Google bei seinen Quartalszahlen gerettet, über alles drumherum. Alles, vieles andere war nämlich ziemlich mies. YouTube minus 10 und so weiter. Aber nun mal so am Rande. Was auch schön ist, die Xbox-Abteilung hatten schöne Zahlen rausgehauen. Hat Sony geschlagen, über elfprozentiges Wachstum. Und das ist natürlich etwas, was Microsoft gerne hat. Nach den grossen, richtig grossen Investitionen, Investitionen, die sie in den letzten Monaten und Jahren hatten. Und wahrscheinlich noch nicht die letzten waren. Bei Twitch, welche mittlerweile schon seit einem Weilchen Amazon gehören, möchte man ein bisschen mehr Geld sehen. Also Amazon, der ehemalige Bisus oder der Bisus-Nachfolger besser gesagt, der möchte mehr Geld aus Twitch und somit seinen Creatoren quetschen. Die bekommen nämlich Geld von den Einnahmen durch Partnerschaften, welche ein Kanalabonnement abschliessen kann. Also der Zuschauer kann ein Abonnement abschliessen zwischen 5 und 25 Dollar. Und davor gehen 70% in Richtung des Streamers. Twitch möchte das anziehen und bei 50% belassen. Dafür aber dem Anbieter ein bisschen mehr Geld lassen, indem sie Werbung einspielen. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Funktioniert bei YouTube nicht wirklich toll. Hoffen wir doch, dass das bei Twitch drüben funktioniert und nicht die Leute weglaufen. Gleichzeitig möchte man aber auch die Exklusivverträge aufbrechen und die Leute nicht nur auf Twitch, sondern parallel auf YouTube und Facebook streamen lassen. Na dann, ich bin mal gespannt. Auch findet ihr ein Video verlinkt auf tele.geektalk.ca und oder im Podcatcher eures Vertrauens zu meinem neuesten Video. Da geht es um AirTag-Zubehör. 5 an der Zahl sind es von Wasserdichten, Aufkleb, Ankleb und Anklebbar, sowie was für einen Schlüsselhänger in Leder und was für ins Portemonnaie. Wer also mag, gerne reinschauen. Ansonsten euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Episode wieder. Bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.